Das Unternehmen Böhnke & Lokau mit Sitz in Wernigerode ist Hersteller von Produktionsmaschinen und Anlagen für die Schokoladenindustrie. Das Angebot von Böhnke & Lokau ist ungewöhnlich breit aufgestellt und bietet vom Krokantschmelzer über Ausform, Dosier und Kühlsysteme, One-Shot-Gießanlagen und Shell-Molding-Anlagen bis hin zu Streuselmaschinen und Überziehanlagen eine durchgängige Produktionslinie für die gesamte weltweite Schokoladenindustrie. Durch die hohe Variabilität und die extreme Zuverlässigkeit genießen die Maschinen und Anlagen von Böhnke & Lokau am Weltmarkt einen exzellenten Ruf. Ganz besonders die Blockabfüllanlagen für hohe Leistungen und große Blockformen. Hier wird gemischt, temperiert, dosiert, befüllt, verdichtet und gekühlt. Und ausgestoßen mit einer Leistung von bis zu 2500 kg pro Stunde. Wobei die Formen in der Maschine zirkulierend verbleiben und in der Größe variabel und austauschbar sind. Produktionsmaschinen mit komplexen, automatisierten Bewegungsabläufen erfordern eine intelligente und zuverlässige Antriebstechnologie. Antriebstechnologie von SEW Eurodrive erfüllt nicht nur das verifizierte Anforderungsprofil, sondern leistet darüber hinaus auch maßgebliche Entwicklungsarbeit bei maßgeschneiderten Sonderlösungen und bietet einen Service, der nicht nur Liefersicherheit, sondern vor allem auch Funktionssicherheit verspricht. Und zwar weltweit, rund um die Uhr.